Und Dr. Baumann, hello, hello, wunderschönen guten Abend miteinander. So, was benutzt man, um Verbindungen im Internet zu verschlüsseln? Ja, da kann man viele schöne Sachen benutzen. Ist egal, ist sowieso alles unsicher. Also wir haben diese Woche Hackbleed bekommen. Ein Herzblut. Ja. Ja, Herzbluten. Und zwar muss man ja auch sagen, vom Branding her, also eine der ersten Sicherheitslücken mit direktem Logo. Voll geil auch. Knackiger Name. Richtig eigene Domain. Ja. Also das ist schon mal eine Premiere gewesen, auch eine beeindruckende Premiere. Vielleicht, also dadurch auch gleich so jede Meldung nimmt irgendwie dieses hübsche Logo dazu und man weiß gleich, darum geht es. GoToFail hatte unfreiwillig ein gutes Branding. Ja. Und jetzt hier, Hardbleed hat halt dieses, ist gefunden worden von Google und einer anderen Sicherheitsfirma zusammen und die haben das veröffentlicht. Und der Bug ist wirklich eklig. Vor allem ist er so richtig eklig, weil die meisten Leute, die es benutzen, ihn eigentlich die Ursache dafür nicht bräuchten. Also ich weiß nicht, ob wir hier ein bisschen ausholen wollen, warum das passiert, also was da passiert technisch und warum das passiert. Ja, ja, sicher. Gut, dann machen wir das auch an der Stelle. Also es geht um eine Sicherheitsluke in OpenSSL und OpenSSL, also das SSL-Geschichte, die sitzt ja nochmal eine Ebene, eine Schicht unterhalb von der Application, also zum Beispiel von HTTP. So, und die Schwachstelle, die in der Hardbleed-Sicherheitslücke ausgenutzt wird, die wäre für den meisten Internetverkehr der SSL gesichert ist, gar nicht nötig. Weil, wenn ich das richtig verstehe, ist die Schwachstelle, die bei Hardbeat zum Tragen kommt, die ist nur in dem Hardbeat, in dem sogenannten Hardbeat-Signal, das für UDP, verschusste UDP-Verbindungen benutzt wird. Genau, das heißt also in sehr vielen Anwendungen, die jetzt sozusagen offen stehen, also sprich HTTPS-Server, die nicht über UDP in der Regel irgendwie ansprechbar sind, wäre es völlig überflüssig gewesen. Das heißt, man hätte eigentlich diese Extension, dieses Hardbeat-Protokoll für UDP einfach wegkonfigurieren können, nicht mitbauen, dann wäre es auch nicht anfällig gewesen. Genau. Und das ist also für diesen relativ exotischen Fall, dass du also eine verschlüsselte Verbindung, also nicht völlig exotisch, aber das ist halt, wenn du eine UDP-Verbindung hast, dann weißt du nicht, ob das andere Ende noch da ist. Ganz genau. Deswegen schickst du ein Hardbeat-Signal rüber und diese Extension ist nicht so alt, die ist von Ende 2011, Anfang 2012, die ist ja über Weihnachten geschrieben worden, von einem Deutschen ist das geschrieben worden und das ist von einem Engländer dann übernommen worden ins OpenSSL-Projekt. Und was das also erlaubt ist, dass du so ähnlich wie bei einem Ping eben schickst, so ich bin noch da, ich bin noch da, lass die Verbindung auf. Was der TCP selber machen würde, deswegen braucht man das bei TCP gar nicht, TCP macht ja so SYNN und AK-Pakete, die halt hin und her fliegen, womit die Gegenstellen und auch alles, was dazwischen liegt, also jeder Route, der dazwischen liegt, jeder, jedes sonstige Netzwerkgerät, das dazwischen liegt, weiß, okay, da ist noch eine Verbindung da und das gibt es halt bei UDP nicht, weil UDP ist ja per Definition so, ich blase das mal raus, das wird schon irgendwo rausfallen. Zum Beispiel jetzt, ich habe es jetzt nicht kontrolliert, aber vermutlich diese Videoverbindung, wo wir jetzt euer Video und euer Audio bekommen, ist vermutlich auch UDP, weil es da schon wurscht ist, wenn es zu spät kommt oder nicht kommt, machen wir einfach weiter. Da der Stream ist verloren, dann ist halt irgendwie, es gibt einen kurzen Audio-Aussetzer oder es gibt einen kurzen Video-Aussetzer und ich muss jetzt nicht, wenn ich eine Datei übertrage, würde ich halt nochmal das Paket anfordern, wenn ich es nicht bekommen hätte und bei UDP ist es sozusagen wurscht, wir vergessen es einfach und nicht. Du hast halt viel weniger Overhead dazwischen drin, aber wie gesagt, wie du schon angesprochen hast, es ist halt nicht sicher, dass die Verbindung bestehen bleibt, deswegen gibt es dieses Heartbeat-Signal, das immer wieder mitgeschickt wird und genau an der Stelle gab es halt eine Sicherheitshücke, die ausgenutzt werden konnte und was an der Stelle dann richtig, richtig ätzend ist, dass… Ich habe hier den Code dazu, können wir uns auch kurz… Da bin ich gleich mal gespannt, dass dann einfach ein paar Kilobyte einfach Raw-Memory rausfallen aus diesem Ding. Was sie also mit eingebaut haben in dieses Heartbeat-Protokoll ist, dass du eine Payload mitschicken kannst. Das heißt zum Beispiel könntest du sowas wie deinen eigenen Timestamp mit reinschicken und der Server schickt den dann genauso wieder zurück. Dann könntest du sehen, okay, ich habe jetzt hier zwei Timestamps verschickt, aber der Server hat nur einen zurückgeschickt, ist einer irgendwo verloren gegangen oder um eine Reihenfolge festzustellen, wie lange das läuft oder irgendwas könntest du dort an Payload mitgeben. Und das Protokoll sieht also vor, dass du zum einen sagst, ich schicke jetzt x Bytes und dann schickst du diese x Bytes hinten dran. Was du aber auch machen kannst und da ist eben das Problem, du sagst, ich schicke jetzt 100 Bytes und dann schickst du nur eines und der Server nimmt dann nicht nur eines und schickt es dir zurück, sondern schickt die nächsten 100, die im Speicher dahinter stehen, auch noch mit. So, im Code sieht das dann so aus. Du bekommst hier, das kommt von der Gegenstelle rein und dann sagt er hier OpenSSL malloc, das heißt er holt sich vom Betriebssystem den Speicher und zwar so viel, wie der auf der anderen Seite gesagt hat, dass da gekommen würde. Genau. Dann nimmt er sich das, was da reinkommt und legt es dort an diese Adresse in den Speicher, aber nachdem er mehr angefordert hat vom System, liegt sehr wahrscheinlich in diesem Speicherblock, der da angefordert wurde, irgendwas, was vorher im Speicherbereich von diesem Prozess schon rumgelegen ist. Genau, weil der malloc das nicht einfach nullt oder irgendwas, das wäre recht teuer, wenn man das tut, weil normalerweise überprüft man halt, was man aus dem Speicher liest und was man da reinsteckt und was in dem Fall halt nicht passiert ist und deswegen liefert der halt dann einfach froh, man sagt, hier ist das der Speicherblock, den du mir gerade gegeben hast, gebe ich den wieder zurück und da steht halt jetzt irgendwas drin. Genau und was er zurückgibt, ist dann hier eben per Mem-Copy, das ab der Adresse und soweit, wie der Angreifer ursprünglich bestellt hat. Genau. So, normalerweise oder der häufigere Fall ist ja eigentlich, dass der Angreifer mehr schreiben will, als er darf. Genau. Und macht dann sowas wie ein Stack-Overflow, das heißt er schreibt über die Grenze dessen hinaus, was eigentlich bestellt war und hofft dann, dass er in diesem Code, in dem Speicherbereich, wo er zu viel geschrieben hat, irgendeinen Code hinterlegen kann, der dann zum Beispiel ausgeführt wird. In dem Fall ist es also andersrum und das ist auch der Fall, der weniger streng möglicherweise geprüft wird oder wo weniger Leute drauf gucken, drauf achten, wenn sie sowas anschauen, dass eben zu viel gelesen wird. Mhm. So. Es wird also zu viel gelesen und zwar bis zu 64k pro Request kannst du anfordern und dann, du gibst halt, du schrickst nur ein Byte und sagst aber, du würdest gerne 64k haben und dann bekommst du halt 64k minus ein Byte vom Speicherinhalt von dem Server zurückgeschickt. Das klingt jetzt nicht nach viel, aber wenn wir uns überlegen, was zum Beispiel so ein, wie groß so ein Schlüssel beispielsweise ist, so ein SSL-Schlüssel, der braucht nicht viel. Es heißt natürlich nicht, dass nur weil ich da jetzt, weil ich das mache, dass ich sofort einen Schlüssel zurückbekomme. Der große Nachteil ist, ich kann das aber beliebig oft machen und ich kann das beliebig schnell machen, also zumindest fast beliebig schnell und das taucht in keinem Log auf. Fast keinem, ja. Ja. Also so in Realität in so gut wie keinem Log auf und das heißt, ich kriege das auch nicht mit als jemand, der diese Schwachstelle hat, also weil das hat jetzt nicht unbedingt jedes System, aber deswegen bekomme ich das nicht mit und das heißt, ich als Angreifer kann jetzt also nmal, beliebig oft mal Speicher anfordern. Möglicherweise kriege ich halt jedes Mal einen anderen Speicher zurück und kann jetzt anfangen, diesen Speicher, diesen RAW-Data-Dump einfach mal zu analysieren, was da so drin steht. Und so ein, wie zum Beispiel so ein Schlüssel, SSL-Schlüssel aussieht, das weiß ich ja ungefähr, das heißt, ich kann dann schon mal so durchsuchen, ist da irgendwas, was so danach aussieht, ja, okay, dann sind jetzt die nächsten x Bytes sind dann wohl so ein SSL-Schlüssel. Ja, also ich habe auch eins gesehen, da steht halt so drin, Strich, 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 Beginn Certificate. Genau. Einfach ASCII suchen und dann hast du das. Genau. Andererseits, wenn du den Schlüssel dann hättest und du hast einen Server, der nicht diese Forward Secrecy implementiert, was bei vielen der Fall ist, dann kannst du mit diesem Schlüssel auch in der Vergangenheit aufgezeichneten Verkehr entschlüsseln. Das ist das eine. Das ist schon ätzend. Ja. Was dazu kommt, ist, dass bei vielen Services, was ist so im Speicherbereich von einem Web-Server, was liegt da rum? Die User-Daten. Da liegen die User-Daten rum von den Usern, die das gerade eben benutzt haben. Genau. So. Ich habe es mal bei dem Bits und so Server ausprobiert, der war nämlich auch anfällig und habe da mal so ein Skript dagegen laufen lassen, was also dieses Heartbeat-Signal schickt. Auch da war Heartbeat von der Distro, von dem Debian einfach aktiviert. Und jetzt im Fall von dem Bits und so Server, der SSL-Server für den Shop, da laufen einige Sachen eben verschlüsselt drüber. Aber das ist der gleiche Prozess sozusagen wie der, der auch die normalen Feeds und Webseiten ausliefert. In dem Fall ist das auch nicht getrennt, weil das ist halt eine Kiste, da läuft der Web-Server und da, das heißt, der Bits und Server hat an dem Tag, als das noch offen war und in den letzten zwei Jahren, ja, mehr oder weniger, die Feeds und die Requests und alles von den Usern dort wieder rausgegeben. Was ich bekommen habe, sind halt zum Beispiel Feeds von Unsurversity-Kunden, habe ich gesehen, die da durchgekommen sind. Also hätte jemand zum Beispiel Unsurversity-Videos klauen können. In dem Fall jetzt nicht schlimm. Aber das sind halt bei anderen... Woanders liegen da halt vielleicht an der Stelle Kreditkartendaten, Username, Passwort, irgendwas in der Art, was halt echt ätzend ist, wenn das jemand, der böse Absichten hat, in die Hand bekommt. Ich habe das an dem Nachmittag geguckt beim eigenen Web-Server und zu dem Zeitpunkt war zum Beispiel auch noch die Hypovereinsbank verbundbar. Da habe ich keine Userdaten ausgelesen oder sowas. Aber das war eben noch so ein Tool, was irgendwie online angezeigt hat, hier Hypovereinsbank, dieser my.hypovereinsbank.de ist noch verbundbar. Genau das ist bitter. Was jetzt zusätzlich dazukommt an der Stelle, also was man jetzt ja sagen kann, Lösungen ist jetzt, A, ich mache mal ein Update von dem OpenSSL, das wurde ja ganz schnell gefixt. Und so gut wie für jede Distro, die halt verwundbar war, gab es dann auch einen Patch. Und schön und gut. Dann haben wir das erst mal gelöst. Das Problem ist ja trotzdem, dass der Angreifer oder der potenzielle Angreifer jetzt deinen privaten SSL-Schlüssel hat und damit zu tun kann, als wäre Bitsundso.de. Wenn er jetzt also irgendwie noch andere Rechner unter Kontrolle bekommt, die mit Bitsundso.de sprechen wollen, dann könnte er sagen, ich bin Bitsundso.de, guckst du mal hier meinen Schlüssel an? Und ich sage dann, läuft, hier sind meine Kreditkartendaten. Ist natürlich jetzt für den User ungeil. Jetzt kannst du natürlich hingehen und sagen, ich revoke jetzt mein Zertifikat und bestelle mir ein neues aus und damit gilt das Alter nicht mehr. Das Problem an der Stelle ist jetzt, was dazukommt, dass per Default die meisten Browser, die wir haben, nicht bei jedem Zertifikat nachschauen, ist das revoked oder nicht. Da bin ich jetzt nicht sicher. Da bin ich mir sicher. Nein, also wo ich mir nicht sicher bin, ist, ob dieses Zertifikat, das ich jetzt auch ausgetauscht habe, ob das revoked worden ist, weil ich es nicht hinbekommen habe, diesen Server, der mir das sagt, ob das revoked worden ist oder nicht, abzufragen. Der sagt immer hier, Permission denied, ich darf das nicht abfragen. Möglicherweise mache ich es falsch oder dieser Anbieter, wo ich dieses SSL-Zertifikat gekauft habe, hat den Server gerade irgendwie abgestellt. Also vermutlich eher mein Fehler, aber trotzdem ist es... Aber da würde ja gleich der nächste Round anschließen. Also dieses ganze SSL-System ist ja eigentlich so per Default eigentlich voll kaputt. Mal abgesehen davon, dass das auch... Also mag jetzt auch wieder sein, dass ich da auch komplett einfach unfähig bin, aber ich bin einfach auch nicht in der Lage, vernünftig mit, egal welcher Authority das ist, vernünftig mit deren Systemen umzugehen, weil das alles irgendwie ganz, ganz schlimm schmerzhaft ist. Und ja. Dann kommt noch so Zeug dazu, zum Beispiel StartSSL. Das ist so ein Anbieter von SSL-Zertifikaten. Der gibt kostenlose Zertifikate mit Laufzeit ein Jahr raus. Haben viele, weil das halt nichts kostet, im Gegensatz zu, weiß ich weiß nicht, 10 Dollar, was es halt bei bezahlten Anbietern kostet. Und die verlangen jetzt aber 25 Dollar fürs Revoken von dem Zertifikat, fürs Zurückziehen von dem Zertifikat. Da denkst du dir vielleicht auch, ach, egal. Ja, klar. Leo, was ist denn jetzt bei dir so, wenn du so Mainstream-Zeug anschaust, kommt es bei den Leuten an? Oder gibt es überhaupt so eine Empfehlung, die da irgendwie bei Leuten jetzt ankommt? So, ändere dein Passwort? Oder was? Ich kann auch von mir selbst, wenn ich von mir selbst spreche, dann merke ich, dass ich auch diese ganze Passwort-Tauschprozedur in Angriff nehmen müsste. Aber im Moment das mehr so mit einem Schulterzucken begleitet ist, weil erstens der Aufwand unfassbar immens ist, bei der Menge an Zeug und Accounts und Benutzerkonten, die man sich so im Laufe der Zeit angesammelt hat gerade. Ja, gut, wie wir alle jetzt hier wahrscheinlich auch zu den Intensivnutzer von jedem mehr oder weniger seltsamen Dienst gehören. Und je nachdem, wie du dich in den Dienst halt einloggst oder ob du für den dann auch wieder ein eigenes Konto, Benutzerkonto anlegen musst, ja, sammelt man die natürlich recht schnell. Und die Vorstellung jetzt, die überhaupt durchzugehen und auch teilweise, je nachdem, wo dann, ja, ich weiß jetzt, also ich bin alle, die sowieso seit jeher alles mit One Password oder irgendeinem anderen Passwortmanager machen und den wirklich zentral haben. Aber ich habe zum Beispiel auch noch alte Passwörter, die sind so verteilt in alten Schlüsselbünden, die irgendwo auf irgendwelchen Backups und irgendwelchen Festplatten liegen, von irgendwelchen alten Macs mit umgezogen sind, aus Zeiten, als irgendwie dort Mac noch Schlüsselbund zwischen Macs hin und her gesynkt hat und dabei manchmal Einträge gefressen hat. Also es ist kurz gesagt, es ist ein volles Desaster, teilweise überhaupt, sich das Zeug wieder zusammenzusuchen. Das ist ja nicht nur, also nicht nur die Dienste, wo du möglicherweise deinen Schlüssel jetzt in den letzten, dein Passwort in den letzten zwei, drei Tagen reingelassen hast, sondern halt in den letzten zwei Jahren. Ja, genau. Das heißt, du kannst dir nicht sicher sein, oder das ist jetzt auch so eine Frage, jetzt kommen Leute, die irgendwie Server-Logs haben oder Traffic-Logs von ihren Servern haben, müssen jetzt in den Keller gehen, das Band rausziehen und jetzt mal aus den letzten zwei Jahren den Traffic angucken, ob da solche Pakete schon rumgeflogen sind, ob das irgendjemand ausgenutzt hat oder nicht. Es gibt teilweise so 4S-Positives, wo andere Netzwerkscanner ähnliche Signaturen hinterlassen. Es gibt aber auch gerade irgendwie von der IFF einen Link, wo drinsteht, ja, wir haben da vom November, glaube ich, was gefunden. Ja, wie ich sehe. Wo im November so ein Paket irgendwo aufgeschlagen ist. Also so irgendwer da schon gescannt hat und da schon den Speicherinhalt von Servern ausgelesen hat. Ich meine, wenn du dir allein schon mal anguckst, was, also es hat schon drastische Auswirkungen, die offizielle Empfehlung von den Tor-Leuten, also von dem Onion-Router, ich möchte anonym im Internet unterwegs sein, die war ja tatsächlich okay. Wir empfehlen die nächsten paar Tage einfach mal vom Internet fernbleiben, weil das ist gerade alles voll uncool. Und ja, im Zweifel bedeutet das tatsächlich, dass egal, wie sicher du dich bisher gefühlt hast, bei irgendwelchen Online-Aktivitäten, dass es halt total für die Katz war. Und da kommt auch noch dazu, wenn du jetzt zum Beispiel sowas hast wie so ein Login-Form, wenn es das so bei Yahoo oder so, dann ist es ein schönes Beispiel. Normalerweise würde ja bei so Basic Auth das Passwort nicht mal im Klartext über die Leitung gehen. Das wäre nur ein bisschen leicht verschlüsselt, nicht verschlüsselt, aber ein bisschen weggehashed, dass du es nicht so offensichtlich siehst. Wenn du aber davon ausgehst, dass die Leitung sicher ist durch SSL und du hast einfach ein Formularfeld in einem Dokument, in einem HTML-Dokument und klickst auf Abschicken, dann geht das halt auch voll im Klartext drüber. Dann musst du einfach nur den Hextarm von dem Ding anschauen und da siehst du es genau drin liegen. Also die Passwörter, sowieso schon seit Jahren eigentlich, aber das gleiche Passwort überall verwenden, führt halt in dem Fall dann direkt in die Katastrophe rein. Ja, definitiv. Also es ist wirklich schlimm, was da alles hinten dran hängt und eigentlich möchte man da gar nicht näher drüber nachdenken, weil das, also wenn du jetzt wirklich auf, da musst du eigentlich nicht mal auf einer Aluhut-Ebene rumfahren. Eigentlich müsstest du dich jetzt zwei Tage lang hinsetzen und alles, was dir so wichtig ist, dass du glaubst, wenn das jemand kompromittiert, dann habe ich ein echtes Problem. Da musst du jetzt Zugangsdaten ändern und musst aber auch sicher gehen, dass die das schon zugemacht haben. Und dann kann es aber natürlich sein, dass dann der Dienst XPS das Problem nie hatte, weil es nicht jede, nicht jeder Web-Server hat das Problem. Also wenn jetzt der Web-Server kein OpenSSL benutzt, sondern irgendwas Alternatives oder wenn es zum Beispiel ein IIS-Server ist, also ein Microsoft-Web-Server, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering, aber die Möglichkeit besteht schon. Oder einer meiner Server war, glücklicherweise läuft der noch auf Ubuntu 10.4 LTS. Der hatte noch ein OpenSSL 098 drauf. Da gab es das Problem noch nicht, weil das damals noch nicht implementiert war. Das heißt, es gibt also verschiedene Anbieter, bei denen das nie ein Problem war. Aber wenn wir uns das halt angucken, bei wem ist es da schlimm gelaufen? Zum Beispiel bei diesen ganzen Amazon-SSL-Services, die haben ja auch sowas, wo du halt dann über Amazon EC2 den ganzen SSL-Quatsch machen kannst, die waren halt voll betroffen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass so größere Web-Buden, dass die sich darauf verlassen haben und die sind natürlich jetzt auch angeschmiert. Ich bin zum Beispiel auch nicht sicher. Natürlich ist in vielen PHP-Code-Basen oder allgemeinen Web-Service-Code-Basen sind die Zugriffsschlüssel für Amazon Web-Services drin. Wenn dir der abhanden kommt, dann kann halt irgendwer bei Amazon in deinem Namen auf deine Rechnung Kosten verursachen. Auch sowas, was Amazon jetzt im Laufe der letzten Monate abgeschaltet hat, du kannst nicht mehr einen Schlüssel für alles bei Amazon Web-Services haben. Du musst inzwischen mehrere Schlüssel mit verschiedenen Berechtigungen anlegen. Du willst dir am besten so Schlüssel anlegen, die auch ablaufen, die du rotieren kannst, damit sowas nicht passieren kann. Du willst auch eigentlich bei Diensten, wo es darauf ankommt, also deine Lieblings-Bitcoin-Wallet oder dein Konto mit normalem Geld drauf, also mit echten Geld drauf, willst du wahrscheinlich auch irgendwie was haben mit so einem Two-Faktor oder mit deiner E-Mail, dein Google-Account, dein was auch immer Account, wo es wichtig ist. Alex, benutzt du diese, ja, sowas wie Google Two-Faktor und diesen Authenticator und sowas? Ja, ja. Ich hab das, also, ich mein, wenn du wirklich ganz runterbrichst, auf was kann so der normale Anwender jetzt irgendwie tun, da hört's ja eigentlich schon auf, dass der sich damit auseinandersetzen muss, ob den Service, den er mal irgendwann verwendet hat, da jetzt irgendwie anfällig war oder ob der es schon gefixt hat oder ob das jemand war, der es zu einem früheren Zeitpunkt gefixt hat. Das ist ja alles zu viel. Eigentlich kann man die Empfehlung nur rausgeben, den Diensten, die man regelmäßig aufruft, die einem irgendwie wichtig sind, dass man da als beschränkte Möglichkeit einfach das Passwort ändert. Das ist der banalste Tipp eigentlich, den man machen kann. Ich würde jetzt, ich würde Leo zustimmen, das ist natürlich klar, du solltest eigentlich für alles das ändern, aber das ist ja nicht zu leisten. Das sind ja, das sind ja sicherlich nicht besondere Fälle oder so. Wie viele, die Accounts hast du heute überall und auf diversen Webseiten. Deswegen, also ich hab's halt gemacht die Woche, ich hab so eine Favoritenliste in OnePassword und die ist jetzt, die ist nicht sehr umfangreich, aber diese 20 Services oder so, die bin ich einfach mal durchgegangen und mit dem Dienst ist es relativ leicht, das Passwort da auszutauschen. Das ist zumindest etwas und klar, wo es geht, hab ich die Zwei-Faktor-Authentifizierung angestellt. Hab ich jetzt in den letzten Tagen auch nochmal irgendwie so spezifisch da drauf geschaut, wie das da so funktioniert und das ist schon, es ist schon relativ okay. Also, weil in den Browsern, die du halt regelmäßig an deinem Rechner verwendest, musst du halt nicht immer den Code eingeben. Klar, es gibt immer mal wieder irgendwie, wo der Browser das nicht checkt oder sich nicht merkt oder du bist irgendwie in dem Browser von Twitter auf dem iPhone, wo du es nicht eingetragen hast, weißt du, wo es dann wieder zum Tragen kommt, aber es ist schon nicht mehr so schlimm wie vor zwei Jahren oder so, glaube ich, als ich mir das letzte Mal angeschaut habe. Also, die Hauptdienste, wo auch wirklich viel dranhängt, so, wo es auch weitergeht, weißt du, weil irgendwie Facebook autorisiert dann 15 andere. Bei Twitter habe ich ein Passwort geändert. Twitter sagt dir, 65 Services hast du gestattet auf deinen Links zu greifen. Ist das noch aktuell? So, und dann kannst du eine Liste durchgehen, so Revoke, Revoke, Revoke. Die gibt es nicht mehr und da kommst du, da kommst du normalerweise auch nie irgendwo hin, wenn jetzt nicht so ein Anwendungsfall vorliegen würde. Und, also ich habe es nach dem Prinzip gemacht, ich habe einfach meine Favoriten aus OnePassword genommen und da mal neue Passwörter hingeknallt und, ja, und die Liste, die sehr wichtig sind, das ist jetzt echt nur wirklich so ein Dutzend oder so, da ist diese Zwei-Faktor-Authentifizierung an. Aber das bieten ja auch nicht alle an, also das ist ja auch noch nicht so weit verbreitet, wie man denken würde. Die Aluhut-Fraktion sagt jetzt so, okay, das könnte natürlich wunderbar von den Geheimdiensten kommen, geschrieben hat dieses, dieses Feature für OpenSSL, dieses Heartbeat-Feature hat ein Deutscher. Münster. Bitte? Aus Münster. Genau. FH Münster. Die Systems-Geschichten auch. Und inzwischen arbeitet der wohl bei T-Systems, ja. Die Beste, der Beste. Und der hatte sich aber heute auch dazu geäußert, also eine Haut, in der man wirklich nicht stecken möchte. Nee, echt nicht. Und hat heute gesagt, komischerweise erst mal zu einer australischen Zeitung irgendwie, das war an Versehen. Hat keiner gemerkt. Und, ja. Es gibt, es gibt noch dieses Ticket, dieses Feature-Request-Ticket auf dem OpenSSL-Server, wo er das eingestellt hat. Er hat geschrieben so, hier, das ist ein Patch für OpenSSL, das ist das Heartbeat-Feature. Dann gibt, das war so Mitte Dezember 2011, und dann geht das halt über ein paar Wochen, über Weihnachten, bis es dann Anfang Januar 2012 von dem, von einem OpenSSL-Maintainer in England dann halt in die Code-Basis übernommen worden ist. Kann man auch sagen, jetzt hängt es zum Beispiel an so einer Distro wie, ja, BSD oder Debian oder was auch immer, ob die dieses Flag mit oder ohne Heartbeat da übernehmen, wenn das gebaut werden soll. Ja, das ist auch so eine Default-Einstellung, so wird das genommen oder wird das nicht genommen. Die andere Sache ist, die, möglicherweise wäre es auch gefangen worden, wenn die, wenn das OpenSSL-Projekt nicht so eine Katastrophen-Code-Basis wäre. Möglicherweise wäre es gefangen worden, wenn OpenSSL nicht um die malloc und free Sicherheitsmechanismen von den Systemen drumherum arbeiten würde. Weil sie sagen, okay, bei OpenBSD ist es zu langsam, deswegen bauen wir uns unseren eigenen malloc. Und dann umgehen wir halt die Überprüfung, die da möglicherweise beim System drin ist. Also es wäre auch, wenn man da, also ich würde auch sagen, wenn du dir diesen Code anschaust, das wäre schon durch sprechendere Variablen-Namen irgendwie zu fangen gewesen. wenn du hier hinschreiben würdest, dass diese Payload-Length, dass die vom User kommt, dass das der Input-Payload-Length oder so, dann würdest du schon sehen, okay, MemCopy mit einem ungeprüften Parameter vom Input ist vielleicht nicht so gut. Aber das ist halt so dieser C-Style, wir machen alles möglichst kurz, sogar hier in MemCopy fehlt das. Oh, ja. Ja, aber da, also ich meine, das ist halt, wenn du dir so Objective-C-Code anguckst zu den normalen, der ist halt 300 Kilometer lang, weil halt jede Methode und jede Variable ganz genau so heißt, wie das ist. Aber das ist halt für viele Leute, die das halt gewohnt sind, C zu programmieren, für die ist das ein Unding. Für die geht das halt gar nicht. Und ja, da gebe ich dir recht. Zum Beispiel dieses Ticket mit diesem Hin und Her im Dezember 2011 auf diesem OpenSSL-Server, wo der englische Maintainer dann noch so gefragt hat, wie schaut es denn aus, der hat ein winziges, anderes Detail gefunden. Du kannst hier noch eine Binary Operation sparen. So ein Und 0xff oder so kannst du dir an einer bestimmten Stelle sparen, dann ist es ein bisschen schneller. Sowas sieht der, aber sowas, das andere, das Wichtige hat er halt da an der Stelle dann übersehen. Weil der Code halt doch schwierig zu lesen. Also wenn du das Konzept kapiert hast, dann ist der Code trotzdem immer noch schwierig zu lesen. Einfach von der Art und Weise, wie es geschrieben ist. Es ist natürlich klar, nachher sagt sich natürlich immer leicht, ja, das hätte man doch sehen müssen. Aber das, es macht natürlich schon einen guten Programmierer aus, dass man im Kopf, sowas nochmal durchgeht und sich überlegt, was passiert da und warum passiert da was. Aber diesen Fall dann halt doch beim Dereinkoden im Kopf abzufangen, das ist jetzt keine ganz kleine Leistung. Ja, noch dazu, wenn es fremder Code ist, wenn du da nicht so hundertprozentig drinsteckst, was jetzt dieses Feature wirklich im Detail, auch so, wieso ist es in den Standard so übernommen worden? Braucht man da wirklich eine 64k lange Payload? Kann man sich auch fragen. Ist das da sinnvoll? Die werden sich da sicher schon irgendwelche Fälle ausgedacht haben, wo das schon irgendwie Sinn macht. Aber ja, man weiß ja immer nicht, was, was, also ich kann mir halt nicht vorstellen, was da sinnvoll ist, hin und her zu schicken. Aber ich meine, da wird sich schon jemand Gedanken gemacht haben. Ja, oder ist es halt okay, das passt so in Integer, ja, 64k, egal. Gut, im Teil ist es natürlich auch das, ja. Tja. Ich stecke da überhaupt nicht drin, aber es ist verwundert natürlich schon, dass es irgendwie natürlich auch für alle einsehbar ist, wegen Open-Source-Projekten und so weiter und dass bei so einem, ja, durchaus elementaren Baustein da keinem aufgefallen ist. Das ist halt so. Das war bei GoToFail ja auch schon irgendwie so ein bisschen Kopfschütteln hat es verursacht. Ich denke, es ist halt so eine, das ist wieder so ein generelles Open-Source-Problem. Ja, es sagt jeder immer, ja, mach Open-Source-Problem voll gut, weil da kann ja jeder gucken. Das tut aber halt nicht jeder und die, meistens ist es halt doch irgendwie ein Kernteam, das nicht, nicht viel größer ist, als, als bei einer, bei einer kommerziellen Bude irgendwie, wenn überhaupt, also wenn es nicht sogar kleiner ist und die haben natürlich auch im Zweifel andere Sorgen, als nochmal den kompletten Code von jemand anders durchzuschauen, wenn du den, wenn du testest und feststellst, du kannst, du kannst ja viele, dieser Fehler wird wahrscheinlich bei vielen automatisierten Tests auch niemals auftreten. Also, deswegen ist es natürlich schwierig, das zu, das zu, das zu finden und dann, selbst wenn du dir halt das andere das durchliest, ist es halt schwierig, diesen fremden Code dann von vorne bis hinten so zu verstehen. Also, das ist aber jetzt zum Beispiel auch so ein Fehler, den hätte man durch automatisiertes Testen finden können. Zum einen durch eine statische Analyse im Code, dass du sagst, okay, MemCopy mit einem Parameter, der da von draußen reinkommt und nicht auf Bounce gecheckt wird, ist blöd, hätte man finden können. Man hätte auch aber im fertigen Protokoll, wenn du da einfach Quatsch auf die Schnittstelle schickst, hättest du merken müssen, dass da Quatsch zurückkommt. Also, es ist einfach, Ja, der Test muss halt richtig geschrieben sein und das ist sicher auch nicht ganz trivial, weil jetzt ist uns natürlich klar, so einen Test musst du schreiben. Also, im Zweifel, ich kenne das halt auch aus anderen Situationen, dass du halt sagst, okay, wir schreiben Tests für Probleme, wenn wir dieses Problem einmal festgestellt haben, dass uns das in Zukunft nie wieder passiert. Natürlich kannst du jetzt sagen, ein Test wäre sinnvoll, wo wir Quatsch auf die Schnittstelle drauf schicken, wäre ohne Frage in dem Fall sinnvoll gewesen. Was du dir natürlich überlegen musst, vorher komme ich da drauf, dass ich das machen will. Man kann jetzt natürlich schon sagen, ja, das ist schon real world, das passiert schon mal, aber vielleicht denkst du dir, naja, gut, was macht man noch was mit dem Heartbeat-Signal, da schicke ich halt irgendwas hin, aber da schicke ich halt vielleicht keinen Quatsch hin. Schwierig. Schwierig, Schwierig. Abgesehen davon ist halt mit SSL und diesen Zertifikaten und diesen CAs, das ist allgemein so, alles basiert ja dann am Schluss drauf, dass diese Liste von diesen Root-CAs in dem Browser irgendwie stimmt. und dass du halt da irgendwie Timbuktu-Telecom drinstehen hast, die gültige Zertifikate ausstellen dürfen, die jeder Browser, fast jeder Browser auf der Welt als gültig akzeptiert. Und wenn du halt bei Timbuktu-Telecom hingehst und sagst, mach mal, machst du mir ein Zertifikat für Paypal.com und sagen die, ah, okay, ja. Wird schon stimmen. Und dann hast du halt auch ein Problem. Aber wie gesagt, das ist das, wo ich vorher schon gesagt habe, das ist der stundenlange Run, den man jetzt über dieses ganze Certificate Authority System, nicht, dass ich eine bessere Lösung jetzt hätte, aber man sieht, was es da für Riesenprobleme an dieser Stelle gibt, dass dieses ganze System eigentlich so ein bisschen kaputt ist und wir uns darauf verlassen müssen, dass vier, fünf große Läden gibt es da irgendwie, die das machen und der Rest ist so, das sind irgendwie so ein paar Prozent, die völlig irrelevant sind, aber so, ich weiß gar nicht, das ist halt irgendwie Verisign und die können, die können irgendwie so jemand anders, kann das sein. Und dann nochmal irgendwie zwei große Läden und wir müssen uns also darauf verlassen, dass irgendwie wahrscheinlich so 70 Prozent vom verschlüsselten Internet davon abhängt, dass die drei Buden, die es da gibt, nicht plötzlich sagen, naja gut, wir können ja irgendwie anderen Quatsch damit machen. Ich meine, ich habe jetzt dieses Zertifikat wieder neu ausgestellt, das war jetzt bei Komodo und wenn du da das durchgeführt hast und kriegst du als erstes eine E-Mail, wo drin steht, hier, lade dir unser Sicherheitssiegel runter. Das ist so eine schlecht pixelige Grafik, wo dann draufsteht hier, diese Seite ist sicher, dank Komodo, herzlichen Glückwunsch und habe ich auch getwittert, was soll denn dieser Quatsch mit diesem Quatsch-Siegel und schreibt mir aber einer, ja, wenn du das aber auf deine Checkout-Seite machst, dann hast du eine höhere Conversion, weil die Kunden lieben das, wenn da draufsteht, diese Seite ist sicher. Was ja total, also gut, da kann jetzt das System grundsätzlich wieder nichts für, das sind einfach die Leute, die an der Stelle einfach bekloppt sind, dass ich, ja, beziehungsweise das System ist zu kompliziert, oder, und ich meine, das ist natürlich eine Werbemethode genutzt, muss man den Leuten ja vielleicht nicht irgendwie, also, ankreiden, dass sie darauf reinfallen, weil, ich meine, ich weiß nicht, vielleicht sollte es Vorgaben geben, dass du halt nicht so ein nichts sagen Siegel auf die Webseite kleben darfst, sondern dass da vielleicht auch was dahinter steht oder so. Ja gut, aber diese Regeln, die sind natürlich für die Leute, die das ganze System ausnutzen wollen, sind die ja völlig, die sagen, ja, sehr witzig, das erinnert mich so ein bisschen an diese Auto-Alarmanlagen-Aufkleber, die man kaufen konnte, die gesagt haben, hey, mein Auto ist durch die Geilomar 3000 Autosicherheitsanlage ausgestattet, was aber halt einfach ein 1 Euro teurer Aufkleber war, den du halt einfach an dein Auto geklebt hast, damit es so aussah, als wäre dem so. Also nochmal für die Nachwelt, das ist das Siegel, ja? Oh! Ja, das, das Siegel ist so, so schlecht ausgeschnitten. Haben Sie mal was von PNG gehört? Also erstens ein Gift, zweitens hier so mit irgendeinem Zaubersteiber in Photoshop ausgewählt und dann schlecht ausgeschnitten. Echt übel. Ja, und das ist halt Aber das ist positiv. Ja, positiv, SSL, secured by Komodo und so ein Schutzschild, ja. Sieht auf einem schwarzen Hintergrund sicher besonders schön aus. Ja, bestimmt. Oh Gott. Diese Läden. Nun gut. Das ist gut. Und das ist gut.